So da da, hi Leute, willkommen zurück zu Remember Me. Hier ist der Ballas und ja, ich hatte jetzt ein bisschen eine Ruhephase. Ich hatte einfach ein bisschen Stress, so Umzüge und ähnliches. Also ich habe neue Mitwohner, neue Mitwohner in der WG und ähnliches. Daher hat sich ein bisschen was geändert, aber machen wir hier weiter. Endlich mal wieder. Oh Gott, ich muss Rekon, Rekonfigurieren, nein, Rekon, nein, Rekonstituieren, verdammt. Ich wusste es, ich wusste es, denke ich. Was war es? Da, die Frau, ich kenne sie. Sehr gefährlich, ich habe sie schon mal gesehen. Nein, nein, sie war, stoppt sie, stoppt sie jetzt. Da, schnappt sie, haltet sie auf. Schnappt sie, los, schnappt sie jetzt. Das war hier, Gelle, der Hauptmann. Das war, ja, das war schon. Okay. Genau, bilden den Kreis. So, einmal eben eins wegblastern. Plong. Da hat er mich getroffen. Scheiße. Piff, puff. So, genau, lass mir keinen Raum. Spring drüber, oh, zack. Komm schon. Heul, kaputt. So, weg. Eh, eh. Hilfe, Hilfe, die hauen nicht kaputt. Okay, so. Nun, das. Wie hat man die Schilde kaputtgehauen? Die muss es doch irgendwie kaputt machen können. Ungefähr so. Was, meine letzte Karte? Nein. Oh, ups. So. Hüpp. Hüpp. Weg, 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 weg. Ja, ist gefährlich. Bis es halt immer wieder abbricht im Blech. So. Bäm. 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 So. Viel zu wenig Heilung. Viel zu wenig Heilung. Nein. Okay. Sehr schön. Das machen wir gleich nochmal. Ach ja. Es ist so schön. Kommt das Flugviech auch nochmal. Oder nicht. Ich glaube nicht. Einmal Schild weg. Doch, da. Natürlich kommst du Arschloch später nach. So. Einmal. Genau, kommt zusammen. Damit ich euch leichter töten kann. So. Arschloch. So. Ich denke, das sollte... Aus welchen sollte doch eigentlich Kombos nicht abbrechen. Bäm. Bäm. So jungs. Aber jetzt hier. Alle kaputt down Okay, das war cool Hau sie weg Zack Und Flash Okay, jetzt geht's wieder besser Glaube ich So, dann boxen wir dich einfach so Alter, warum? Das ist so ein Schaden Reflektiertyp Ich bin fast tot Sehr gut Ähm, so So, okay Ich bin tot, mal wieder Ach ja, ach ja So, komm So, Seraphim Ich wollte mich doch rollen Ja, natürlich Das sind das Schadensreflektierviecher Das wäre auch Na Kann ich vielleicht Auch mal sinnvolle Gegner Anvisieren Dankeschön Zum Beispiel Das Fliegviech Weil der nervt Ich will dieses Genau den da So Arschloch Geh weg Geh weg Du Arsch Okay Das hat er nicht getroffen Das ist doch hier Schon wieder So Halt Ähm Das war Die Logikbombe Ja dann Weg So Ist er kaputt? Natürlich ist er nicht kaputt Oh, ich kann ihn überlassen Ich kann ihn überlassen So Weg mit dir Sehr gut Okay Ähm Wie war das? Ja So nicht Aber egal Was? Warum kommt er mir? Was? Ihr seid gemein Dann kann man natürlich nicht im Nahkampf angreifen Jetzt habe ich hier ein bisschen Platz Ich habe dir eine geboxt Aber man kann es nichts sehen Bist du blind oder was? Mit dem Visier vom Schädel würde ich auch nichts sehen Ganz ehrlich So kommen wir weg Platsch Das sieht dann echt übel aus So bam So execute Das macht er gleich nochmal bumm Dann macht er gleich wieder bumm Hoffentlich Moin Hopp So Habt er noch einen Augenblick? Ich hoffe doch mal So Puff Geht doch Nillen Finde diesen Dirkop von Claudi Zugangsprotokolle zum Konzeptionswürfel Die gute Nachricht ist Dieses Mal ist er zu Fuß Und die schlechte Nachricht? Sein Gedächtnis bröckelt weg Er ist fast schon ein Lieber Handle schnell Wie kriege ich ihn? Er geht rauf zum Hauptsicherheitsposten im 103. Stock Nimm den Lastenaufzug, um ihn abzufangen Okay Ich muss nur im 103. Stock, kein Problem Das ist genau meine Ecke Ist doch nur der dritte Stock weiter unten? In welchem Stock bin ich? Ja natürlich schickt ihr mir noch was hinterher Was bist du denn? Du bist gefährlich, glaube ich Okay Okay Das ist so einer Da muss ich die Arme kaputt schießen Autsch Nein, sehe ich nicht Ja genau Autsch Mein Backup Den habe ich gelöscht, man Damit du mir nichts kannst Jetzt kriegst du hier BAM Wie ich das alles was du kannst Regeneration Äh, was? Geh weg Du Aschibald So, geht doch Ein Arm weniger Huh Ich vermeide den mit einer Hand Das will ich sehen Äh Erst wieder aufladen Paff Hilfe So Aber wieder ein Schüsschenwagen Warten bis die Waffe aufgeladen ist Paff Natürlich Reicht's nicht Wäre auch zu schön Ah, ich weiß, dass sie interessant ist Oh Ich wollte es doch gerade benutzen Der verarscht mich Sehr schön Natürlich müssen wir wieder Vorne, vorne beginnen So Höpp Das kann ich natürlich nicht benutzen Weil ich habe Nicht genug Genau Also ich hätte auch wunderschön In diesem Kampf Nicht Äh, sag mal Nicht regenerieren können Höpp Ach ja Sehr Aufregend Mal wieder Ich weiß wieder, warum ich das Spiel nicht mehr so geil fand Obwohl die Story geht es Piu Na komm Geh weg Autsch Die Kisten schmeißen ist unfair So Hey Hey Diesmal ist beim ersten Mal den Arm abgehackt Paff Paff Mit einer Hand Äh, versuchst er Kann ich deinen Arm hernehmen Um ihn wegzublastern damit Wie, die Stolperfalle Irgendwie sowas wäre cool Ich mache heute auch mal ein bisschen eine größere Aufnahme Session Kann ich auch gleich mit sagen Wahrscheinlich ist das eh schon der zweite Teil War egal Ähm Und ich werde hier erstmal Remember Me ein bisschen was aufnehmen Ich werde ein neues Spiel starten Oder zwei Mal gucken Je nachdem, was mein Backup sagt Oder so So Block So Reiß ihn ab, reiß ihn ab Natürlich reißt er nicht ab Du Drecksack Ja Finde ich auch Huch Vor allem ich kann ihn nicht betäuben Ich würde ja gerne Aber Du lässt mir keine Wahl Ja Ich weiß Ist er überladen? Ah KICK Scheiße Jetzt hat er gekickt Vergehen, junge Dame Ah, ja, ja Komm Du lässt mir keine Wahl So KICK Was jetzt BUNCH Zu wenig Zeit KICK Und Und Kommt noch was Nein Nein PFF Bis zum nächsten Mal.